Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde hier bei Hood Rush 3 vs. 3. Wir haben uns, oder ich habe mich entschieden, diese Story hier zu spielen. Bei Toren mit Bauerndreck erzielen, Toren nach Abprallern erzielen, Rückhandtore erzielen, Tore per Snapshot erzielen. Klingt machbar. Und wir haben viel Zeit heute. Also let's go. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir hier den ganzen Pop nochmal umdrehen. Dann, Canadian Fury, wir spielen wieder mit unseren Sondertrikots, mit unseren Rush-Trikots, die werden wir auch nächstes Jahr haben. Und dann werden wir die normalen Trikots haben für Squad Battles und mögliche Heimspiele. Wir spielen draußen. Genau aus diesem Grund wollte ich diese Retro-Trikots haben hier. Wir werden aber auch für 3 vs. 3 Rush-Trikots bekommen, die Stadium-Series-Trikots. sind. Wie wir das machen, muss ich noch schauen, weil mich wundert es noch. Wir haben doch das letzte Mal auch Trim gespielt. Wir waren doch nicht die ganze Zeit draußen. Das ist ein Shango-Bauer. Und wenn du natürlich jetzt abwechselnd bist, das hast du mir. Oder wenn du den Stadium-Series-Trikots nimmst, dann spielst du draußen. Das wäre ein kleiner Fail. Oder man spielt bei Rush mit den Stadium-Series-Trikots. Das geht, glaube ich, auch. Ich glaube, sie können das machen. Wie gesagt, wir haben unsere Trikots fürs nächste Jahr schon. Wir haben auch den Namen und das Logo theoretisch schon. Steht alles schon fest. Geschrieben in einem Buch? Nein. In keinem Buch. Aber es steht fest. Welche Farben und Co. Wir bekommen nächstes Jahr. Boah, starker Check. Und den gibt es gleich zurück auf der anderen Seite. Du, Shane. Ja, der war jetzt nicht so gut. Stamkos kann er nämlich komplett problemlos ins Abseits laufen bei diesem Modus. Hamilton. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Du, Shane. Du, Shane. Oh, der wird von hinten weggeräumt. Du, Shane. Jawohl! 1-0. Geht doch. Problemfrei. Völlig problemfrei. Martinez. Duchesne. 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 Duchesne und der Zweite hinterher. Jawohl. Die Herbst müssen wieder die Scheibe aus dem Tor holen. Die Scheibe regelt das bisher im Alleingang. Stammkos. Stammkos. Pfosten. Die Scheibe geht auch noch wieder in die Zuhörens. Stammkos gut gemacht. Jetzt muss Hamilton hinterher. Martinez. Hamilton kommt hin. Achso. Ich wollte eigentlich noch vorhin schauen. Ich habe mich vorhin gerade vergessen. Ich wollte eigentlich schauen, ob man hier ein schönes Randmail draus machen kann. Aus diesem Tor. Bestimmt. Und zwar ein richtig schönes Halleluja. Das ist wirklich Wunder. ein richtig schönes Halleluja. Not to miss. Kommt jetzt mit Kinnon dazu. Dankos. Wir haben schon Glück, dass wir uns wirklich Spiele ausgesucht haben, die schnell sind. Wir hätten auch noch eine hohe Zeile zum Beispiel in der Verteidigung haben können. Duchesne mit dem Hattrick. 3-0 nach dem zweiten Trennung ist hoch. 3-0 nach dem zweiten Trennung ist hoch. 3-0 nach dem zweiten Trennung ist hoch. 4-0 nach dem zweiten Trennung ist hoch. Das ist wirklich hoch. Das passt. Ah ja, genau. Und zum Beispiel gehen wir mit einem Maskottchen spielen. Da werden wir das Trikot volle Maskottchen ansehen. Also es kann sowas sein, dass wir in sämtlichen Farben nächstes Jahr mal spielen. Oh, Hamilton. Boah. 4-0. Oh, Hamilton. Dagi Hamilton. Starke Leistung für den Verteidiger. Du hast قلب. Du hast deine braucht. Du Stein. Du ist Hongflos. Starke Nein, nein, nein nein. War unfair. Er läuft noch auf der anderen Seite. Und. Schön. Der Schnee. Schön der Schnee. 1-0. 1. ein bisschen unter der gegner spielt auch schade geschehen grubauer hält fest 6,8 die könnten noch 4 1 das sollte ein sieg werden es sollte noch einiges an punkte mitnehmen eigentlich geschehen erkennen oder ist komplett ecke frei und er knallt ihn auf grubauer schade vorbei wir gründen mit 4 1 ganz für level 14 ist egal sieben toren ab prallern können benutzen ich bin wieder drinnen nicht ganz gesagt weil wir wussten außen drinnen überall ok Okay, da wird so ein bisschen locker vorbeikommen. Keine Schlosser. Oh, Martinez. Oh, Matthews. Price. Da hier hinwürgen. Da hier hinwürgen. Na, wenn der was ankommt, Mensch. Wenn der was ankommt. IAC, das ist ein deutscher Gegner, kann das sein? Zumindest ein europäischer. Oh, du Shane. Ja, Martinez. Wenn der Pass ankommt, wäre es wieder ein sicheres Tor gewesen. Aber das Glück haben wir aktuell noch nicht ganz. Ja, wieder abgefangen. Er will nicht so ganz. Er will nicht so ganz. Aber das kriegen wir schon noch hin. Ganz ruhig. Das kriegen wir schon noch hin. Mit Kine. Aber jetzt geht's. Mit Kine nach. Sagst du, er soll die Scheibe beschützen, sonst macht er gar nichts. Passend, Price. Jawohl. Das ist genau das, was wir brauchen. Eigentlich diesen Abfälscher, diesen Abraller. McKinnon, jetzt. Komm, lauf, Junge. Lauf, Junge. Lauf. McKinnon. Oh, du Shane. So knapp am Tor vorbei. Passt dann, Marc. Martinez. Es gibt ein Penalty. Martinez gegen Price. Nein. Ich dachte, er geht nochmal nach rechts rüber. Martinez trifft 1-0 für den Gegner. Jetzt müssen wir treffen. Natürlich taugt man überhaupt nicht. Hamilton, mein Gott. Jawohl. McKinnon 1-1. Wichtig. Ganz, ganz wichtig. Noch vor der Drittelpause. Nathan McKinnon. Zur Pause. 1-1. Zur zweiten Pause. 1.000 geringer Punkte. Frank Nathan McKinnon. 1-1. Das muss ich noch nicht mehr schaffen. Das muss ich noch nicht mehr schaffen. Erhöhen. Noch mal erhöhen. Stark. Du Shane. Du Shane. Du Shane Price. An Ort entstelle. Ohne Probleme. Das ist auch super wichtig. Wollte ich gerade zeigen. Eine Knunschreibe ist raus. War nicht gut. War nicht gut. Ach, Snapchat schon gut. War nicht drin. Du Shane. Du Shane. Du hast da nach. Alter. Carry Price. Ich meine, so schön und gut. Ja, aber du musst halt hingehen. Also wenn du so fliegst, du kannst dann den Stock schon mal raustun. Weil wir sollen hinten noch kommen, Alter. Niemand mehr. Schade. 98,8 Sekunden zum Ausgleich. Jetzt wird es natürlich eng für uns. Schade, wie ist der Weg gespielt? Es sind 10, 20 Sekunden, die wir da verlieren. McKinnon. Da ist noch ein. McKinnon. Du Shane. Oh. Wird da eiskalt weggeräumt. Und Price mit dem nächsten Fehler. Schade. Wir verlieren wegen Carry Price hier. Unfassbar schlechtes Positionsspiel. Unfassbar schlecht. Und dann macht er eine Bewegung, bei der er sofort verliert. Schade. Das Spiel hätten wir nicht verlieren müssen. Das Spiel hätten wir nicht verlieren müssen. Weil wir ihm so lange dominiert. Schade. Schade. Muss ich jetzt einfach sagen. Sehr, 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 sehr schade. Tut mir schon ein bisschen weh. Tut mir schon ein bisschen weh. Ich bin hier draußen, ich habe ein bisschen mehr Glück. Gegen Tampa Bay. Point. Giroux. Ne. Lindholm. Und Chef Petrie. Und 1-0 McKinnon. Pass, pass, pass. Bisschen schnell überrumpelter. Dürfte so auch niemals fertig gespielt werden. Oh, Konterchance. Dushane wird aufgehalten. Dagi Hamilton blockt ihn. Blockt ihn zum zweiten Mal. Jawohl. Schön gemacht. Und wieder McKinnon. Dushane. Dushane. Lindholm. Ausgekriegt 14 Sekunden noch. Uh, Petrie. Petrie, Lindholm. Ausgleichschance. Echt, da kann ich gleich einen Affen ins Tor stellen, Junge. Das gibt es ja gar nicht. Ist Carey Price schlecht jetzt. Ein schlechtes Spiel und jetzt macht er den nächsten Fehler. Alter. Absolut unnötiges Gegentor. Absolut nicht nötig. Absolut nicht nötig, dass er den kassiert. Schade. Macht sich das seine eigenen Leistungen kaputt? Boah, teilweise ist es so stark und jetzt da... Uff. Ja, es ist... Ich bin ein bisschen geschockt gerade. Aber wie gesagt, äh, vorhin da diese... Diese zwei, drei Buden, die er kassiert. Waren es zwei, da waren es drei Buden? Ich weiß gar nicht. Zwei waren es... Also zwei waren es mindestens, wo er einen Fehler macht. Ähm, und jetzt wieder der Nächste. Die Fehlerquote erhöht sich bei unserem Torhüter. Das ist schade. Jawohl, McKinnon. Keine Chance für ein Torhüter. 2-1. 2-1. Geile Bude, geile Bude von Matt DeShane. Absolut geile Bude von Matt DeShane. Unterkante, Latte und Rein, geil. Brutal geil. Boah, knapp daneben. Stark von DeShane. Lindholm, wieder DeShane. Boah, wieder, wieder mit Glück. Mit viel Glück, aber er hat ihn rausgeholt. DeShane. Oh, das wäre jetzt die Krönung gewesen. Das wäre jetzt die Krönung gewesen. Auf der anderen Seite das Tor zu machen. Jetzt habe ich glaube ich gehabt, ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Vier Snapshots brauchen wir noch. Die im Torland müssen. Wird eine 30 Minuten Folge ungefähr, also noch nicht danach noch einspielen. 2-2. Schade. Boah, schade. Ein bisschen näher ans Tor. Abstauber. Plus 30. Schade. Das wäre ein Abstauber. Das wäre ein Abstauber gewesen. Hat mir den gemacht. Mist. Wenn du jetzt nicht verdächtest. Okay, Pinto. Und der hat uns vermichtet. Oh, kriegt ihn nicht, du Schein. Warum? Warum? Der fällt, da ist der Schuss schon weg. Oh mein Gott. Das ist ein Hitz. Bei dem Point, Bryce. Oh, das war ein richtig schönes Bild gerade. Point. Nur die Chance. Jawohl, letzter. Oh, du Schein. Ja, 1,4 Sekunden, ein Snapshot ist noch drin. Und es gibt noch mal 1.200 Punkte obendrauf. So geht es mit 11.300 Punkten raus. Matt Duchesne zwei Tore, McKinnon zwei Tore. Perfekt. Outdoor können wir. Outdoor Eishockey können wir. 27.925 Punkten, jawohl. Kann ich sagen, next game. Einer geht noch. Und da unten. Was haben wir noch? Drei brauchen wir noch, gell? Drei Tore, genau. Und vielleicht einen nach Abprallern. Rollkant ist ein bisschen schwieriger. Kannst man den auch noch holen. Aber wie gesagt, einen Abpraller noch. In dem Game, das wäre perfekt. Ja! Snapshot! Und irgendwie landet der Schuss von Hamilton im Netz. Der schießt Duchesne an. Oh, wow. Duchesne, Fuß 1 des Gegners. Fuß 2 auch noch? Fragezeichen. Fuß 1 des Gegners. Fuß 2 des Gegners. Und Bryce kann nicht mehr reagieren. Kurzes Eck. Scheibe ist drin. Brutales Ei. Brutales Ei. Ja, Halleluja. Aber beschämt mich nicht. 8 von 10 Snapshots. Das schießt mich noch. Und bis jetzt nicht mehr für die Jack. Die es hier nicht gibt. Da geh hier mit hin. Okay. Da sind drin. Oh, du den kriegst. Weißt du? Hamilton, Randhangen, Price. Oh, Fehler von Hamilton. Und Price wieder mit einer Null. Mit einer Null. Das ist wieder ein Gegentor. Das ist so geschenkt. Wo soll er denn hin? Wo soll er denn noch hin? Wenn er schon so steht, dass er auf die Seite geht. Ach, Carey Price, Alter. Wieder ein unnötiger Gegentreffer. Völlig unnötiger Gegentreffer. So weit darf es gar nicht kommen, dass er trifft. Sicher, Fehler von Hamilton. Geht raus. Geht den Gegner nicht. Klar. Ärgerlich. Aber trotzdem. Du, Shane. Oh, McKinnon. Weinhard. Weinhard. Scheiß. Du, Shane. Ja. Du, Shane. War doch schon längst vorbei am Gegner. McKinnon. Ja. No. Randhangen. Jawoll, du Shane. Ja, komm. Leck mich. Leck mich. Was ist denn das? Bleibt einfach stehen, oder was? Kriegt den Vollcheck rein und Hamilton so. Oh, nee. I don't fucking care at all. No problem. Kann es auch nicht ganz sein, oder? Ja. Der war wichtig. Durchschein. 2-2. Snapshot. 9 von 10. Unter die Latte. Jawohl. Aber nur eine von der letzten Latte. Eine Snapshot. Terry Price. Da ist auch ein Spiel. Sehr gut. 1,2. 1,2. 1,2. 2,3. 1,2. Oh, no. 2,3. 2,3. 4,5. Das ging gar nicht, der Move, der hatte so Lockerzahlen geklärt. McKinnon. 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 Oh, Price. Mein Gott, lässt ihn wieder nicht durch. 32,3 Sekunden. Ich will nicht verlieren. Rund aus Ende. Verlieren verboten. Touché in Price. Ja, Abstauber. Abstauber. Der Abstauber müsste zählen. Passt. Snapshot. Abstauber. Der Abstauber müsste zählen. Tor nach Apprallern. Ei, zählt das, ist die Frage. Nein, Tor nach Apprallern. Schade. Schade. Weißt du, wir müssen K. Price irgendwie so anschießen, dass er ihn blockt und praktisch direkt uns auf den Schläger blockt. Oh. Das ist jetzt noch gewesen. Der wäre wichtig gewesen. Nein. Gute Check. Schade. Schade. Hätten wir es noch machen können. Gute Check-in nach. Ja, reicht nicht. Ich will noch ein Spiel. Ein Snapshot brauchen wir noch. 43.000 Punkte. Boom. Level 15 Jumbo Premium Pack. Level 50.000 Punkte bin ich, ist aber auch nichts mehr eigentlich. Heute doch. Nochmal so ein Spiel. Dann können wir vielleicht so ein Level 15 erreichen. 55.000 Punkte. Wenn wir den Apprallern auch noch holen, haben wir 110.000 Punkte. Da haben wir es 55.000 Punkte sind sicher. Und der Duchene beschert uns die. Okay. Suzuki. Schön geblockt. Da kann er gar keine Strafik. Das ist ein Witz. Sag mal, seid ihr komplett dicht, Alter? Schau dir das an. Schau mal, wie lange Hamilton da schon am Boden sitzt. Da hat Suzuki noch nicht mal überlegt zu schießen. Da sitzt Hamilton schon am Boden. Und das wird als Strafe ausgelegt. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Die schenkt das Tor. Schade. Das ist wirklich schade, weil das ist auch ein super Block von uns. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen, wenn der rübergekommen wäre von McKinnon auf die Shane. Das wäre hier noch fast gesen, wenn der rübergekommen ist. Das ist eins, ne? Suzuki. 2-1. Ohne Probleme. Zweiter Torschuss. Zweiter Treffer. Carey Price. Das ist unfassbar. Carey Price ist eine Nulpe. Das ist unfassbar. Wir müssen gewinnen und brauchen nur für 40.000 Punkte. Kennen und wieder nicht drin. Kämpfen, 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 kämpfen. Nein! Boah, wenn der drin ist, Alter. Das ist zwei Schüsse, zwei Tore. Wir schießen viermal, treffen einmal. Und warum bei Carey Price einfach eine Nulpe ist. Das tut mir leid. Ja gut, ein Tor war jetzt auch geschenkt vom Gegner. Also das zweite hätte er verhindern müssen von Suzuki. Das erste lassen wir noch eingehen. Ja, das ist ein Penalty. Aber der geht nicht. Ja klar, der hat den weiteren Laufweg und kommt aber als erstes an die Scheibe hin. Das kannst du mir nicht erzählen. Ohne Witz. Danke. Kusen jetzt auf. Suzuki, Price. McKinnin jetzt Konten. Danke, Ref. Oh, du Shane. Will vielleicht Nathan McKinnon Einfach mal in Position gehen Du Nulpe Du Nulpe Das ist der nächste Spieler Den ich nie wiederholen werde Nathan McKinnon Da ist hinten Meilenweit frei Er muss nur von diesem Spieler weg Es nicht freilaufen Kann das Ding reinschieben Er macht es nicht Er macht es einfach nicht Ich verstehe man nicht Weil die KI nicht Schaut euch mal an Wie sehr McKinnon Da an diesem Verteidiger klebt Hier Der Verteidiger Makar ist weg Und er kommt von Kuznetsov Nicht weg Egal was er macht Wie er es macht Er klebt an Kuznetsov Wie ein Volldrottel Schaut euch das an Im Rücken Und schaut er sich jetzt einfach weg Wie Kuznetsov schaut Dann nicht mal zu ihm hin Und trotzdem bleibt er immer im Rücken Spielverständnis Null Und dann kommt Wert Offensiv Bewusstsein 99 Und dann denke ich mir einfach mal Nein Einfach nein Ja Richtiger Hammer Diesmal von mir kennen Jetzt muss man es ihm lassen Schön gemacht Kommt er Pass Und Pam Mit so einer Entschuldigkeit Dass die Scheibe gehöre Auf der Wand Da drauf geht 48 Sekunden noch Für den nächsten Treffer Einen brauchen wir noch Zum Ausgleich Was danach passiert Können wir immer noch schauen Oh mein Gott Für dieses Scary Price Oh ne So nicht mal Ja 3-3 Ganz stark gemacht 10.745 Punkte 10.745 Punkte Ein weiteres Tor Und wir haben hier gewonnen 3-3 Ausgleich Starkes Letztes Drittel jetzt gerade Von unseren Jungs Das ist Durch Oh du Shane Ja Gegen Suzuki Gegen Suzuki Price Dann laufen beide nach rechts Was ist Was ist denn das Wieder für eine Aktion Ich verstehe das nicht Was ist denn das Für eine dumme 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 Scheiße Einer läuft nach links Alle drei sind auf einer Seite Wo ist denn das logisch Und warum verlierst du wegen sowas Alter Da kriege ich einen Wirkreiz Ne Und wir verlieren Wir verlieren sowas Verstehe ich nicht Ich verstehe es nicht Warum gehen denn alle auf eine Seite Wie dumm ist es denn Wie dumm Weil ich denke So blöd geht es doch gar nicht So blöd geht es doch gar nicht Aber ja EA hat dann Händchen dafür Die KI unfassbar dumm zu machen Vor allem dann Wenn du dich zurückkämpfst Ins Spiel Und eigentlich Momentum mäßig Den Kopf vorne hast Auf einmal ist deine KI Dumm wie schlo Schaut euch das an Petrie Drei viermal so schnell Wie Hamilton Obwohl Hamilton In die Scheibe klaut Und sogar davor noch Wegläuft Ja Was für ein Tor Auf der Skate League Und er müsste viel zählen Krieg keine Punkte für Oder was Weil sie ein Eigentor machen Das ist ein Witz Ich krieg keine Punkte dafür Was Ich mach den Tor und krieg keine Punkte dafür Digga ich mach den Auf Alter das wären halt 3000 Punkte gewesen Weißt du Ich kann noch nichts dafür Ich kann noch nichts dafür Wenn er ihn reinschiebt Da kann ich doch nichts dafür Ach Was für eine Bullenscheiße Ich krieg auch keine Punkte für den Schuss Interessant Ach komm Läuft Ach Was ist denn das wieder für eine Scheiße Alter Der läuft Schau dir das mal an Schau dir das mal an Ich hau den Schläger Sonstwohin Interessiert ihn nicht Er läuft durch den Schläger durch Keine Probleme Auf der anderen Seite Wenn eins gegen eins Das soll zu machen Was ist denn das für eine Scheiße Ich schieße ein Tor Und krieg keine Punkte dafür Der andere läuft Auf dem Schläger durch Kein Problem Zählt Ey Hier krieg ich so einen Kotzreiz Das gibt's gar nicht Ich kann einfach nur Hoffen das NHL 22 Besser wird Als NHL 20 und 21 Für 21 ist nur ein leicht verbessertes 20 Punkt Ausende Jedes Mal dasselbe Das ist so traurig Ich trifft den Pfosten Das ganze Tor ist leer Aus dem Winkel Für McKinnon Und er trifft den Pfosten Schau dir das an Ja wie viel Platz Nathan McKinnon Brauchst du denn noch Und er trifft den Pfosten Ja Die Shane macht so einfach Stellt sich hin Zack Danke Oh war das schwer Oh um Himmels Willen War das schwer Dieses Tor So Damit haben wir Level 16 Vielleicht auch noch erreicht Zwar mit einem Spiel Mehr als wir wollten Aber die Punkte Kann uns keiner mehr nehmen Außer er berechnet uns Die Punkte sich an Ich mach den Pokecheck Und ich bin der Der das gleichgültig verliert Okay Hä Ich mach den Pokecheck Und er läuft an ihm vorbei Und sie sitzen Ich bewege meinen linken Stick Nicht mal nur meinen rechten Und er läuft um ihn rum Logic Freunde Logic Okay Und wieder Und wieder Es ist ja so einfach Ein Check auszuweichen Wenn jemand so Deine Schulter trifft Glaub mir Du läufst nicht weiter Du läufst nicht weiter Aber Carrie Price Hat ihn mal Das ist was Neues Oh ja auch Die Shane kontert Die Shane Kann kontern Und trifft Oh Carrie Price Oh Carrie Price Wo soll er denn so ein Zins schießen Schau dir das an Und Carrie Price Macht den Winkel Nicht mal zu Nein Der lässt die Lücke offen Dass er da perfekt durchschießen kann Verstehe ich nicht Das ist was Wenn ich die Scheibe blocke In so einer Position Alter Dann hechte ich mich So was von einem Pfosten Dass der Pfosten denkt Ich bin seine Mutter Alter Oder die toxische Ex-Freundin Keine Ahnung Aber das geht nicht Mit Ach und Krach Alter Also Carrie Price Alter da stellen wir uns nichts mehr jemand anders ins Tor Aber das geht ja mal gar nicht Viermal im Juli Im Winter Sommer Super Klasse Das wird das wirklich nicht mehr Aber gut Zur Zentrale zurück Ich bin happy 44 Minuten Folge Ihr seid glaube ich auch happy Genau Bis dahin Sag ich Ciao mit V Bleib gesund Wir sehen uns nächstes Mal hier Bei NG21 Hockey Ultimate Team Da wieder mit der Event Folge Bis dahin Tschüssigowski Bis dahin